Yo Leute und was geht ab und willkommen heute zu einem neuen Video und zwar heute spielen wir FNAF 4. Ich hab FNAF 1 auch probiert, aber das soll nicht gehen. Was hab ich gedacht? Wem FNAF 1 nicht geht? Ich spiele FNAF 4 und zwar FNAF 4, FNAF 3, FNAF 3, FNAF 4, FNAF 3, FNAF 4 und wie es doch möglich ist, FNAF 1. Und bevor wir das Video wirklich starten, begrüßen wir heute noch einen Abonnenten von mir und zwar Leas Blume. Sie ist auch YouTuberin und zwar richtig gut und sie macht richtig hammergeile Videos. Schaut doch mal bei ihr vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mit einem neuen Video. Night One. Ich glaub dann spielen wir das auf die andere Seite. Night One. 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 Oh, okay. Ich hab mal gehört, es soll um 3 Uhr nachts also beginnen. Deutsche Taste. Also, bisher für ein gruseliges Spiel. Das ist noch ziemlich okay. Okay. um schief und schon wiederum dann nach wie bei einem netten video ich weiß nicht mehr jetzt mal diesen leuten sagen die urzeiten weil ich mir das macht ich tue kurz zum schalten die 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 Falsch. Log. Aufnung. Log. Geht das? Nee. Oh mein Wappel. Oh, ich sehe gerade. 3 Uhr nachts. Soll der Spuk. Soll der Spuk. Soll der Spuk nicht immer 3 Uhr nachts beginnen? Die Geister stehen nicht bis um 3 Uhr nachts. Habt ihr das gesehen? Ich habe gerade totale Gänzenhaut. Leute. Ich habe gerade totale Gänzenhaut. Leute. Ich habe Angst. Das ist doch Freddy gewesen. Freddy das hässliche Freddy. Freddy das hässliche Frittchen. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Das ist nicht so gut. 4 Uhr nachts. 2 Uhr nachts. 2 Uhr nachts. Da war er schon wieder. Da war er schon wieder da. Da war er schon wieder da. Ihr würds mir nicht glauben aber... wie ich Gänsehaut habe. Wie ich Gänsehaut habe. Wie ich Gänsehaut habe. Ich würde sagen. Wie ich Gänsehaut habe. Ich habe Angst. Meine. Genau. Okay. Jetzt gucke ich mich hinten. Genau. Und dann gucke ich hier. Alter, leuchtet euch schon an. AAAAAAAAAAAAAAAAAA TURF! Alter, mach ich noch weg! Ich weiß. Warte. Ich muss mich gar nicht mehr abbringen. Mein Herz. Warte. Mein Herz. Mein Herz rast raus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich brauch Fischhelf. Leute, das war genug für heute. Davor hab ich ja noch von auf eins probiert. Ne, sorry Leute. Wir machen nächstes Mal weiter. Das war genug für heute. Tschüss.